Wann wird die Rentenerhöhung zum 01.07.2024 erstmals ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, heute in diesem Video geht es einfach nur um die ganz simple, einfache Frage, wann erstmals die Rentenerhöhung, die es ja zum 01.07.2024 geben soll, ausgezahlt wird. Da ist die Regel relativ einfach. Für die meisten der rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner gibt es in Deutschland die Rente, die gesetzliche Rente, ich spreche bitte nur von der gesetzlichen Rente, nachschüssig gezahlt. Nachschüssig heißt, die gesetzliche Rente wird immer am monatsletzten Bankarbeitstag für den laufenden Monat, der zurückgelegen hat, ausgezahlt. Das heißt also, wenn es zum 01.07.2024 die Rentenerhöhung bei den gesetzlichen Renten gibt, 4,57% auf Altersrenten, auf Erwerbsminderungsrenten, auf hinterbliebenen Renten, auf die Renten aus der landwirtschaftlichen Altersversicherung, landwirtschaftlichen Alterssicherung und die gesetzlichen Unfallrenten, dann ist es schlicht und ergreifend so, dass die gesetzlichen Renten aus dem Bereich des SGB VI am 31. Juli 2024, das dürfte nach meiner Kenntnis ein Mittwoch sein, das ist der letzte Bankarbeitstag im Monat Juli ausgezahlt werden. Das heißt also, Sie bekommen nicht Ihre höheren Renten schon zum 01. Juli ausgezahlt. Die Frage bekommen wir ja öfters mal gestellt, nein, Sie müssen bitte warten bis zum 31. Juli 2024. Diejenigen Rentnerinnen und Rentner, deren gesetzliche Rente vorschüssig gezahlt wird, das ist die kleinere Zahl der Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die bekommen die Rentenerhöhung schon am 28. Juni 2024 ausgezahlt. Denn die vorschüssigen Renten, das heißt also die Renten, die für den laufenden Monat Juli am letzten Bankarbeitstag im Monat Juni gezahlt werden, die gibt es dann schon im Juni 2024 ausgezahlt. Das heißt also, die Gruppe der Rentnerinnen und Rentner dürfte sich dann schon einmal freuen. Alles andere, der sogenannte Extra-Rentenzuschlag bis 7,5 Prozent, der wird dann für die rund drei Millionen Begünstigten, das hat also nichts mit der Rentenerhöhung erstmal zu tun, in der Zeit vom 10. Juli bis zum 20. Juli 2024 erstmals ausgezahlt. Aber natürlich hier auf Basis der schon eingerechneten erhöhten Rentenwerte, die es ab dem 1. Juli 2024 geben wird. Der Rentenwert steigt von 37,60 Euro auf 39,32 Euro. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.